Das ist Tom. Er plant den Einsatz vieler Fahrzeuge in seinem Unternehmen. Wenn sein Telefon klingelt, handelt es sich meist um einen Notfall. Und das ist Max. Er löst die Probleme seiner Kunden im Handumdrehen, wenn er erstmal vor Ort ist. Ein Kunde meldet sich. Zunächst muss Tom herausfinden, wer aus seiner Flotte den Auftrag übernehmen kann und wie schnell das Fahrzeug im Stadtverkehr beim Kunden sein wird. Dafür setzt Tom Webfleet ein. Dank Webfleet sieht Tom auf einen Blick, welche Fahrzeuge aus seiner Flotte gerade im Einsatz und welche frei sind und welcher Kollege am schnellsten vor Ort beim Kunden sein kann. Durch die Anbindung zwischen Kundendatenbank und Webfleet werden die Auftragsdaten direkt auf das TomTom Pro Driver Terminal von Max übertragen. Max lässt sich die Informationen während der Fahrt vorlesen. Tom erfährt automatisch, wann Max beim Kunden ankommen wird. Die Ankunftszeit teilt Tom dem Kunden gleich telefonisch mit. Die TomTom Navigation mit Echtzeit-Verkehrsinformationen hilft Max dabei, sie schnell und sicher im Stadtverkehr zu bewegen. Zudem hat Tom auch immer im Blick, wie lange Max noch braucht, bis er beim Kunden eintrifft. Die Anfahrtszeit und Strecke werden für die spätere Abrechnung automatisch miterfasst. Wenn Max den Auftrag erledigt hat, gibt er seine Leistungen in einer App auf dem TomTom Pro Driver Terminal ein. Der Kunde unterschreibt noch vor Ort. So gibt es im Nachgang keine Unstimmigkeiten über abgerechnete Leistungen. Die Daten gehen sofort an Tom in die Zentrale, der alles bestätigt und automatisiert die Rechnung für den Kunden in seinem Warenwirtschaftssystem anlegen kann. Für Tom und Max ist die Arbeit dank WebFleet viel entspannter. Sie sparen Zeit und Kosten, die Prozesse sind schlank und für alle Beteiligten transparent. So kann die Firma von Tom und Max mehr Aufträge in derselben Zeit abarbeiten, ohne dafür extra Personal einzustellen. Und auch die Kunden sind zufrieden mit dem zuverlässigen Service und der transparenten Abrechnung. Und auch die Kunden sind schlank und für alle Beteiligten.